Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung, jetzt kommen die Mädels Kaiser Kaplaner fährt hier ein einsames Rennen Da starten wir mal an 993, sensationell überlegen, bravo! Sofort wird er hier gefilmt, fotografiert und dann gleich zur Flashzone zum ersten Interview So, dann haben wir die Startnummer 990, Rang Nummer 2 für den Marius Das war knapp Das ist wirklich ein Riesenunterschied, oder? Zu der Bege-Runde vom Lesserhof, jetzt? Also du schaust schon sehr professionell aus für U7, ne? Bravo!